Hallo Freundinnen, Freunde der analogen Hunter Haltung, mein Gott! Und herzlich willkommen hier bei Hunter & Friends. Wie ihr schon seht, wir befinden uns hier so ein bisschen im winterlichen Innenhof auf der Burg Bodenstein. Und Grüße gehen quasi hier über dieses Video raus vom Community-Wochenende. Verlängertes Wochenende. Verlängertes Community-Wochenende. Ihr seht es auch, am Hintergrund ein bisschen geschneitert. Wir hatten ein perfektes Brettspielwetter. Keiner ist rausgegangen, weil es einfach ekelhaft war. Ja, wobei keiner ist rausgegangen, können wir insofern schon mal sagen, nämlich am Donnerstag, als wir hier schon angereist sind, oder dann am Freitag, gab es Feueralarm. Am Donnerstag hatten wir Feueralarm, mussten wir alle raus. Zwangspause. Ja, Zwangspause. Es gab dafür auch netterweise dann eine Kanne Glühwein aufs Haus. Und dann haben wir jeden Tag Feueralarm ausgegeben. Nein, nee, Spaß. Das war auf jeden Fall sehr, sehr schön und sehr angekommen. Wir machen also hier so ein Brettspiel-Geflüster-Spezial. Und aber eigentlich das Spezielle an diesem Video ist, dass wir es recht kurz halten werden, weil der gute Piet, der wird nämlich noch zum Bahnhof gefahren. Und wir haben jetzt hier gerade schon alles eingepackt. Also wir sind Sonntag quasi nachmittelt jetzt hier beim Video. Und wir werden mal so ein bisschen kurz kapitulieren, was wir gespielt haben. Ihr kennt ja unsere Kurz. Ja, war wirklich kurz. Und deswegen, Piet, würde ich eigentlich, und das ist fast eine gemeine Frage, aber vielleicht hast du darüber schon nachgedacht. Was war denn dein Highlight-Brettspiel, was du hier gespielt hast? Also ich habe es endlich geschafft, Cordoba zu spielen. Uh, das ist ja auch so ein Brecher, was man immer mal spielen wollte. Was immer gesagt hat, der ist super. Und es ist schön, es ist ein cooles Worker-Placement. Macht Spaß. War hart, sich durch die Regeln so ein bisschen zu kämpfen. Wollte ich gerade sagen, auch noch Regel vor Studium mit Hunter so ein bisschen. Genau. Dadurch hat die Partie, was war das, so eine 6-Stunden-Partie? 6-Stunden-Partie, ja. Also nach dem Frühstück, Mittagessen bis zum Abendbrot so, mit Kaffee, also nee, bis Kaffee und Kuchen waren. Die war cool. Und wie war es bei dir? Ich muss feststellen, wenn ich hier so kurz auf meine Liste so ein bisschen spiele. Du hast eine Liste gemacht. Also damit ich ungefähr weiß, was ich gespielt habe. Und Kutna Hora, ja, Stadt des Silbers, hat mich extrem überrascht. Es war so ein Titel von Czech Games. Die Schachtel, ich glaube, vom Nahen betrachtet ist die ganz nett. Da ist ja diese Silbermünze drauf. Und das war so ein Spiel irgendwie, ich habe damit überhaupt, keine Ahnung, ich habe mich nicht damit beschäftigt, was das ist. Und dachte so, ja, okay, Czech Games macht natürlich coole Sachen, aber gucke ich mir irgendwie nicht an. Und dann war es aber cool, weil Grüße gehen raus an Anke. Die hat das auf dem Spiel nämlich für Czech Games erklärt und hat es uns dann erklärt. Wir haben das in einer 4er-Partie dann gespielt. Und es hat sich wirklich super smooth runtergespielt. Wir haben noch einen schönen Story-Talk gemacht. Man baut ja so sein Dorf auf, muss sozusagen auch bergwerkmäßig Sachen machen. Sehr schönen Spielaufbau, hat wirklich gut funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, Erstpartie war grandios, wie das Spiel sich so über mehrere Partien trägt, ob der Wiederspielreiz hoch ist. Aber für mich auf jeden Fall ein Highlight, mal wieder so ein bisschen klassischer, schöner Kartenauswahlmechanismus mag ich. Und die grafische Gestaltung viel so mit Silber quasi Spezialfarbe, Druck und Gold und so, finde ich sehr schön. Ja, wollte ich immer spielen? Habe ich nicht geschafft am Wochenende. Habe ich nicht geschafft. Aber Dinge passieren halt. Und weil wir natürlich jetzt nicht über alle Sachen so ausführlich sprechen können, habe ich mir aber gedacht, wenn ich das hinkriege und irgendwie muss ich es jetzt hinkriegen, weil ich sage, Piet, schreib mir nämlich noch seine Titel auf. Und wir werden nämlich am Ende unseres Talks einfach nur mal so die Cover so ein bisschen durchfliegen lassen, was wir gespielt haben. Und falls da vielleicht die ein oder andere Frage noch aufkommt, könnt ihr dann gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, wie fandet ihr das oder das? Weil das war schon einiges. Aber ich würde sagen, Piet, wir nennen jeder noch ein Highlight und dann vielleicht noch kurz abschließen. Ach so, keine drei? Keine drei. Highlight, ganz klar, die weiße Broke von Divir und Kosmos. Das passt auch irgendwie in so eine eingeschneidende Surrounding. Er hat mich sehr positiv überrascht. Das ist ja Dice-Placement und Kombo-Züge. Hat aber eine schöne Länge, so von einer Stunde. Wir haben es zu viel gespielt. Haben wir netterweise von dem Niro erklärt bekommen. Vielen Dank dafür. Er hat sehr viele Spiele erklärt. Nicht nur gewonnen. Er hat nicht nur Spiele gewonnen. Nee, er hat auch Spiele verloren, aber er hat sehr viele Spiele erklärt. Und dafür auch vielen Dank, dass so viele Leute von dir spielen konnten. Und wie gesagt, Weiße Broke ist so von diesen kleinen Box-Titeln bisher mein Favorite, das dir wie gesagt hat. Nachfolger von Rote Kathedrale. Ja, Nachfolger. Im Sinne von gleiche Schachtelgröße, gleicher Verlag. Ja, aber ist auf jeden Fall ein Sprung nach oben und eine Schwierigkeit durch diese Kettenzüge. Wer sowas also mag, kann da gerne reinschauen. Ist ganz cool. Und ich sage euch, bringt Leute in den Palast. Und Gärtner. Bringt Leute in den Palast und Gärtner. Also ich habe die Weiße Broke nicht gespielt. Klingt sehr suspicious für mich. Bringt Leute in den Palast und Gärtner. Aber ey, vielleicht ist es der Tier, der euch den Sieg beschert bei der nächsten Kantine. Kommt ja mal drauf an. Und bei dir? Für mich ein total tolles Highlight und es gab auch total schönes, positives Feedback. Blood on the Clock Tower. Blood on the Clock Tower. Sehr schön. Blood on the Clock Tower. Das war von uns nicht gestaged. Da seht ihr, es hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich habe ja ein bisschen trainiert in kleinerer Runde, um mich hier so zu vorbereiten zu können. Dann in Zwölfer partiert, habe zwei Abende hier geleitet mit ein paar kleinen Schnitzern, die eigentlich niemand mitbekommen hat. Ja, ich war ja auch Teil der ersten Runde. Großartig. Ich habe es ja auch wieder mal gespielt und es ist echt ein schönes Erlebnis. Und ich sage mal, alles, was so Werwolf ist, war für mich ja eher nicht so der Faktor. Aber durch diese ganze Interaktion, die man hier hat mit den ganzen Leuten, die sich alle irgendeinen Plan, also alle rätseln, wer was ist und die Bösen machen sich irgendwie einen Plan. Ey, Hammer. Wer da jetzt noch ein paar mehr Fragezeichen hat, dazu wird es auf jeden Fall noch ein extra Video geben. Wir haben auch so ein bisschen Timelapse aufgenommen, dass man so mal sieht, wie so ein bisschen eine Gruppendynamik sein kann, natürlich ohne Ton. Also wie wuseln wir alle so ein bisschen rum, bin ich auch schon mal gespannt. Die Footage haben wir ja jetzt noch nicht ausgewertet zu diesem Zeitpunkt. Aber seid mal gespannt. Auf jeden Fall werden wir da auf dem Kanal noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Und auf jeden Fall Berlin-Kommunen-mäßig werden Runden, denke ich, 120-prozentig vermutlich wieder angeboten. Und wenn wir auf anderen Community-Events jetzt hier noch unterwegs sind, im Februar gibt es ja auch noch so einen Selbstversorger, nicht Wochenende, sondern Woche. Da nehmen wir das auf jeden Fall auch mit. Ich habe sehr viel Spaß beim Leiten gehabt. Von daher werdet ihr, wenn ihr da mal mit dabei seid, in den Genuss kommen können. Ansonsten kann ich es nur empfehlen, fragt da mal in eurer Region um. Wenn ihr zum Beispiel aus dem Raum Berlin seid, da gibt es ganz viele Runden, Englisch, Deutsch. Ansonsten guckt mal in eurer Stadt. Oder schließt euch als Gruppe zusammen. Wir können schon so viel sagen, bei Fun Tales kommt es ja auf Deutsch raus. Da kann man vielleicht noch ein bisschen warten. Und dann kann man sich das vielleicht so als Gruppenspiel mal leisten. Ja, das war auf jeden Fall super, super cool. Generell, du hast ja gesagt, mit den Leuten einfach hier wieder auch mit den Leuten zu sein, Spiele zu spielen, in diesem wirklich schönen Surrounding hier in dieser Burg Bodenstein. Das ist auch so schöne, verwinkelte Sachen. Man konnte hier selber irgendwie Dinge entdecken. Und es gab einen Gruselkeller. Es gab eine Kapelle. Es gab den Glockenturm genau über unserem Zimmer. Ja, das muss man festhalten. Wenn da Glockenzimmer steht, dann meinen die das auch. Also das ist vielleicht so ein Thema, wenn man länger als um acht schlafen wollte. Also mir war das jedenfalls nicht möglich. Aber vielleicht im Gruselkeller. Vielleicht im Gruselkeller. Und man will ja auch spielen. Also hatte man eigentlich ja noch einen Anreiz, dann auch wirklich aufzustehen. Warum haben diese Glocken eigentlich so viel geschlagen? Das war nicht spezifisch, oder? Das war immer 21. Ja, 8 Uhr und 18 Uhr, aber irgendwie gefühlt 20 Mal oder so. Ja. Vielleicht. Wenn die schon mal läuft. Wir sind nicht drin im Glockenschlag. Was ist das? Rhythmushimmel? Das war bestimmt irgendein, irgendwie was man so macht, wenn man so eine Glocke hämmert. Piet. Das ist fast durchsagen. Ja. Nach zwei Titel haben wir geschafft. Wir haben das geschafft. 8.30 Uhr. Mein Gott, das ist ja fast Rekordzeit. Wir blenden jetzt mal noch ein paar Cover ein, von den Sachen, die wir hier gespielt haben. Ein bisschen neuere, ein bisschen altere Sachen. Und es hat wirklich viel, viel Freude gemacht. War eine gute Mischung. Also auch für all diejenigen, die dabei waren. Grüße gehen nochmal raus. Wir freuen uns und dann euch auch mal wiederzusehen. Vielleicht auf der BerlinCon oder bei anderen Events. Und warum haben wir eigentlich kein Heißgetränk draus genommen? Die Kaffeemaschine war aus. Nee, ich hab's ja mal anmachen können. Ich hab extra Kleingeld besorgt. Aber es holen wir uns jetzt. Jetzt ist der beste. Und deswegen gehen alle Grüße raus. Auch die, die versucht haben, alle gegen Piet zu spielen. Das ist immer ein gutes Wort. Hat leider funktioniert. Yes. Grüße an Thomas von Better Bot Games für den Tipp Blood on the Clock Tower. Woooo. Bestens. Auf jeden Fall. Nee, der heißt nicht Thomas Markus. Alles Gute. Wir grüßen jetzt alle, mit denen wir schon mal Blood on the Clock Tower gespielt haben. Wie auch immer, ihr werdet sehen. Wir werden euch damit auch noch infizieren. In diesem Sinne. Ciao. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.